Herr Versetti, ein Anruf für Sie, der Pizzalieferant. Karl Pearson, Pizzalieferant, schalte ihn aus, bevor er seine Pizzalieferungen macht. Das kriegen wir doch hin. Er hat 48 Lieferungen, das kriegen wir hin. Da hinten ist er. Wir haben ein relativ schnelles Auto, das ist der Vorteil. Ich muss jetzt mal gucken, dass wir hinterherkommen. Wo ist denn der? Links ab. Der schmeißt sich einfach mit auf die Straße. Was ist denn der? Die Kopfschirme auf den Säckchen. Für 500 Dollar Karl Pearson grasiert. So, damit haben wir diese Mission abgeschlossen. Nein, ich bende jetzt natürlich noch keine Folge. Ich möchte gerne... Was haben wir denn noch? Wir haben Triaden noch, wir haben Vice City noch. Der Kolonel ist weg. Evo hat Gott sei Dank noch keine Mission für uns. Ich glaube, da kommt bestimmt auch noch ein bisschen was. Aber wir sind ja hier schon mal in der Nähe. Warte mal, ich könnte jetzt hier links fahren und mal kurz was suchen, wo wir das Taxi-Ding kaufen. Weil ich... Die Taxi-Dinger möchte ich jetzt... Ja, hast du das abschließen. Jetzt muss ich gerade noch gucken, wo wir hin müssen. Wobei, das mit dem Schwimmen können wir eigentlich mal ausprobieren. Mit dem Fall mal speichern. Wie teuer ist denn das Autohaus hier? 50. Aber noch nicht. Ich glaube, das teuerste ist der Club mit 120.000. Aber ich würde jetzt erst mal... Wie gesagt, wenn wir die Taxi-Dinger würde ich gerne nachhaben, dann kauft man das Cap. Aber ich muss jetzt noch wissen, wo ich lang muss. Bist du dich jetzt? Ah ja, noch schlimmer wird auch die Druckerei. Die hat auch definitiv ein paar Sie-Missionen dabei. Die kostet, glaube ich, auch 50. Vielleicht 50. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich lang muss. Ich muss jetzt einmal das Ding finden. Ist das hier? Ne, ist Werbung, ne? Noch? Entschuldigung, das war keine Absicht. Also ich werde kein 100%-Desplay machen. Das ist mir ziemlich... Das ist mal ziemlich sicher. Weil, äh... 100% gehört auch die Päckchen. Natürlich könnte ich über die Karte gehen. Du bist in mich reingefahren, du Dreckskopf. Verpiss dich jetzt. Ihr habt das doch alle genau gesehen. Der ist volle Glatte in mich rein. Was ist denn das Ding? Das kauft man Cap. Ist doch hier hinten irgendwo. Ist das... Jetzt sehe ich das gerade falsch. Wir sind Gott sei Dank die Kopfkarte los. Das ist die Druckerei. Die will ich jetzt eigentlich noch nicht. Wie gesagt, die hat ein paar... Ah, die fresse ich jetzt. Die hat ein paar Dinge da drin. Die werden sich ziehen. Das sind schon die ersten zwei, drei Missionen, glaube ich, schon die Hölle. Aber wie gesagt... Ich will nichts spoilern. Was ist denn die Scheiß-Taxi-Dinger? Wo ist das denn? Da hinten? Ne. Ist das nicht die Druckerei da hinten? Warte mal, wo ist die denn? Oder ist das tatsächlich das Taxi-Unternehmen hier vorne? Ja. Verpiss ich jetzt. So, ich kaufe... Oh, geh mir umsack. Mach ich aber jetzt nicht. 40.000. Na ja, gut, kauf was. Wir haben zwar keine Kohle mehr, dann aber egal. Oh, ich weiß, du bist der neue Chef. Was bist du? Mob, Kartell? Du bist nicht Mexikanisch. Anyhow, ich glaube, du bist besser mit den Sachen, die sich verändern, die hier verändern. Vielleicht verraten einen von den Fahrzeugen. Geh, Steady an's head over there. Er hat nur seine Hörnüfen. Well, ja, die Sachen werden sich verändern, Frau. Oh, crap Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management and things are gonna change around here again. Our new management needs... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang actually. What's your goddamn name, kid? Bersetti. Tommy Bersetti. Our new management, the Bersetti Gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Did you like the Capiche? I like the Capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them. Etc. Etc. You got it? Uh, yeah. I guess. Just grab a taxi from the garage and you feel like jumping in. Na dann. Immobilie erworben. Taxi-unternehmen gekauft. Einmal 40.000 Dollar über die Ladentheke. So. Wir haben... Hilfe. Fette. Ecken von der Haustür. Was eigentlich jetzt nicht bei 60 war. So. Ich kann mal kurz speichern. Wir starten mit dem Taxi, oder? what's joy. da ist gesagt, komm, Leider?